Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Es ist der erste Sonntag im neuen Monat und das heißt natürlich, ich zeige euch, was ich letzten Monat alles bei Amazon gekauft habe. Gleich mal vorweg, ganz so viel ist es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Es sind schon Kleinigkeiten, aber es ist dazwischen eine recht große Lücke, denn wir waren im Urlaub. Das Video ist eigentlich online. Wenn ihr euch wundert, warum es gerade nie online ist, es ist, ja, durch gewisse Dinge muss ich es wieder runternehmen, muss ich es löschen, ich muss es nochmal neu hochladen. Müssen wir sehen. Egal, nur dass ihr euch nicht wundert. Ja, da wollen wir mal anfangen. Als allererstes habe ich am 2. Oktober ein Kostüm bestellt für Tanja, weil im Oktober ist ja Halloween und das für 31,82 Euro. Sie wollte unbedingt als Skelettbraut gehen. Also habe ich eins bestellt. Das kam dann an am 20.10. Warum so spät? Es wurde wohl schon weggeschickt und dann ist es aber zurückgegangen, weil wohl irgendwie Transportschäden waren. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Somit musste der Verkäufer das erst neu bestellen, musste es mir nochmal zuschicken und somit ist es erst am 20.10. gekommen. Ja, fragt mich bitte, was an dem Kostüm kaputt gehen kann. Wie gesagt, egal, es ist angekommen. Tanja war happy, alles gut. Das war meine erste Bestellung am 2. Oktober. Dann habe ich bestellt am 3. Oktober, also einen Tag später, eine Hülle für das Galaxy Z Flip. Nein, das ist kein neues Handy, was ich habe, sondern das hat meine Mom bekommen und ich habe einfach nur eine Hülle dafür bestellt. Und das habe ich am 3. Oktober bestellt und ist angekommen am 5. Oktober und ja, genau. Das hat, diese Hülle hat gekostet 11,99 Euro, also eigentlich ein normaler Preis. Und die ist halt über einen Drittanbieter gekommen, in dieser gleichen, im gleichen Paket oder im gleichen Zeitraum zu bestellen. Also auch am 3. Oktober ist dann direkt von Amazon, habe ich bestellt einmal die Blu-ray, äh, Skull Island. Die stand einfach nur auf meiner, ja, ich sage jetzt mal Wunschliste, in meinem Warenkorb. Und die habe ich bestellt für 7,99 Euro, also alles gut. Und in dem gleichen Paket war dann noch ein Geschenk für meinen Schwiegervater, der auch am Oktober Geburtstag hatte. Und zwar einen Mini-Tischstaubsauger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher immer mal geguckt, so im Internet, ob jemand da Reviews zugemacht hat und es gab wirklich welche. Und der hat überall top abgeschnitten und ich sage, den bestellen wir. Hat auch hier bei Amazon 1026 Sterne Bewertung und liegt bei 4,9, äh, 4,5 an der Bewertung, also alles super. Der Staubsauger kostet Batterienbetrieben 9,95 Euro. Wie gesagt, kann man nichts falsch machen. Mein Schwiegerpapa war happy. Und ja, und das Paket ist halt auch am 5.10. angekommen, halt nur mit Amazon. So, dann habe ich bestellt am 6. Oktober, äh, nochmal eine Badehose. Eine kurze Hose, die ich schon, ich weiß nicht, dreimal habe oder sowas. Ähm, eine von uns ist aber inzwischen kaputt gegangen. Also wie es halt immer so ist, irgendwann sind die verbraucht und da ich die halt auch aus kurzer Hose anziehe. Und das 6. Oktober, äh, noch kurz vor unserem Urlaub war, denn die Hose ist schon am 7. Oktober angekommen. Mega. Ähm, war es halt pünktlich zu meinem Urlaub noch da. Und die Badehose hat gekostet insgesamt 23,90 Euro. Ja, genau. 6. Oktober bestellt, 7. Oktober da. Mega. So könnte es immer sein. So, dann habe ich bestellt am 6. Oktober, weil wir haben für meinen Schwiegerpapa, äh, wollten wir einen Geschenkkorb machen. Und da hatte ich über Haloren eine XXL-Paket, alles was mit Haloren zu tun hat, haben die dort reingepackt, äh, ein Paket bestellt. Und da wollten wir eigentlich wie einen Geschenkkorb machen. Und da habe ich natürlich einen Korb bestellt. Ja, hatte aber eigentlich nie auf dem Schirm, wie viel letztendlich doch in diesem Paket drin war. Der Korb war zu klein. Den kriegen wir trotzdem, äh, unter. Den habe ich am 6. Oktober bestellt. Ist am 11. Oktober gekommen. Und hat gekostet 15,58 Euro. Genau. So. Dann habe ich bestellt, weil wir, äh, nach unserem Urlaub an dem Samstag zu einer Golden Hochzeit eingeladen waren, habe ich mir nochmal bestellt, weil ich einfach über die Jahre keins mehr habe, ein weißes Hemd. Und, äh, das hat gekostet 16,85 Euro. Alles super. Das habe ich am 8. Oktober bestellt. Am 13. Oktober kam es an. Und, äh, dazu auch am 8. Oktober, ähm, eine Weste dazu, weil ich eher der Typ bin, der über das Hemd eine Weste anzieht. Äh, die kam am 11. Oktober an für 32,99 Euro. Genau. Ja. Das sind so für die Golden Hochzeit die Sachen gewesen. Dann habe ich mir, weil ich, äh, einfach mal wieder ein paar Winterschuhe brauchte, äh, einfach mal ein paar Winterschuhe bestellt. Und da habe ich von Bugatti, äh, Winterschuhe gesehen, die mir wirklich rein vom Stil her mega gefallen haben. Farbton, alles super. Äh, habe ich bestellt am 10. Oktober, sind angekommen am 12. Oktober. Hatte ich dann auch zur Golden Hochzeit an. War eigentlich so nie geplant, aber weil die wirklich so, so cool aussahen. Und das passte einfach. Ähm, für in meinem Fall 59,95 Euro. Äh, das Bild, was ich euch jetzt hier einblende, die liegen um die 100 Euro. Ich glaube, gerade sind sie runtergesetzt, was hier auf dem Bild ist, für 88 Euro. Also da habe ich wirklich ein Schnäppelchen gemacht. Äh, ja, genau. Die habe ich mir bestellt. Winterschuhe müssen halt doch immer mal sein. Dann habe ich bestellt am 17. Oktober für Jonas ein Halloween-Kostüm. Jonas wollte unbedingt als eine Art Henker oder sowas gehen. Also habe ich irgendwo mal geguckt. Es gibt ja wirklich viel Mist. Und so habe ich dann eins gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Das ist auch preislich in Ordnung für 26,18 Euro. Ähm, und kam am 20.10. an. Also auch noch vorher passte. Jonas war happy. Alles gut. Dann habe ich mir nochmal bestellt eine Hose, die ihr auch schon kennt, von Tom Taylor wieder. Die habe ich am 21. Oktober bestellt. Kam am 22. Oktober schon an. Wieder ein Tag Unterschied. Geil. Könnte immer, wie gesagt, immer so sein. Für 34,99 Euro. Da weiß ich einfach, die Hosen passen. Würde ich immer wieder machen. Alles super. So, dann habe ich mir bestellt ein paar Schuhe. Normale Halbschuhe. Weil meine sind im Urlaub in Sizilien. Letztendlich haben sie sich dann oft gelöst. Wir hatten am ersten Tag Starkregen. Und ich bin dort so in die Pfütze reingelatscht. Und da habe ich gemerkt, wie ich einfach, ja, wie die Nähte langsam sich gelöst haben. Es mussten ein paar neue Schuhe her. Ja, und da habe ich mir einfach mal ein paar andere ausgesucht von Dockers. Keine Ahnung. Kannte ich vorher, nee. Das sind ein paar Sneaker. Coole Formen. Also muss sagen, die sehen cooler aus als auf dem Bild hier sogar noch. Und auf dem Bild haben sie mir schon gefallen. Und die habe ich am 22. Oktober bestellt. Sind auch am 23. Oktober gleich angekommen. Also auch wieder nur einen Tag später für 34,95. Ich finde die cool. Also ich finde die richtig, richtig toll. Und bis jetzt die Qualität stimmt auch. So, dann habe ich bestellt am 28. Oktober. Das kam am 29. Oktober schon an. Da habe ich Lorraine ein bisschen überfahren. Weil wir haben uns so nach der Sizilienreise gesagt, Mensch, wollen wir doch wirklich eine Weltreise machen? Wie planen wir das? Video im Übrigen verlinke ich euch, wenn ich es nicht vergesse, hier oben. Denn wir haben dazu schon ein Video gemacht. Ich habe eine Weltkarte bestellt. Eine große. Von Maßen 1,40 m x 1 m. Für 18,90 Euro. Auf diese kann man halt alles beschriften. Die kann man abwischen wieder. Wir haben dann eingekreist, wo wir gerne hinwollten. Einfach mal geguckt, in welche Richtung wir fliegen. Und wie auch immer. Pfeile dran gemacht. Einfach, wie gesagt, so die erste Planung. Video dazu ist draußen. Guckt gerne mal nach. Wie gesagt, die habe ich bestellt. Auch wieder einen Tag später. Also im Oktober, muss ich sagen, ging es ganz gut mit einem Tag später. So, dann habe ich bestellt für Tanja am 29. Oktober. Für insgesamt, mit allem drum und dran, mit Vorderung für Packung, weil das kommt aus England, für 41,99 Euro ein paar Schuhe. Die seht ihr hier, mit Rollen unten dran. Also so Skateboard-Schuhe schimpfen die sich hier. Und die haben auch LED-Licht unten dran. Tanja hat es mega gefallen, als es meine Idee war und gesagt hat, Mensch, willst du die gerne zu Weihnachten haben. Sind aber noch nicht gekommen. Die kommen erst zwischen 12. und 18. November, sind aber schon unterwegs. Das habe ich gesehen in der Verfolgung. Und ja, die habe ich bestellt. Hoffentlich wird sich Tanja dann längere Zeit darüber freuen. Dann habe ich bestellt, auch am 29. Oktober, für Lorraine ein Weihnachtsgeschenk. Vorbestellt. Lorraine mag ja die Filme von Conan, Detektiv Conan, wenn da jemand was sagt. Und da kommt am 2. Dezember ein neuer Teil raus auf DVD, also aus Film. Und die habe ich bestellt, kriegt Lorraine von mir zu Weihnachten. Und dann sind wir durch, weil wir schenken uns ja eigentlich in dem Sinne nichts. Genau. Die kam, da muss ich da draufklicken, die kam preislich 23,99 Euro. So liegen die Preise bei dem aber immer. Deswegen auch alles gut. In dem gleichen Paket habe ich mir noch eine Blu-ray bestellt. Und zwar Contouring 3. Im Band des Teufels als Blu-ray. Die kam 13,49 Euro. Also auch alles super. Wie gesagt, die kam am 29. Oktober, habe ich die bestellt. Und ich müsste jetzt lügen, die Blu-ray, hier steht nämlich jetzt 5. November. Das stimmt aber nicht, die ist nie gestern erst angekommen. Weil jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 6. November. Sondern die ist vor 2 oder 3 Tagen angekommen. Also Anfang November ist sie angekommen. Also ist da alles gut. Dann habe ich mir noch bestellt, letztendlich auch die letzte Bestellung diesem Monat, am 30. Oktober. Für, hier seht ihr jetzt das Bild. Es ist teurer auf dem Bild. Ich habe bezahlt 29,99 Euro. Weil da war ein 20 Euro Gutschein dabei. Sonst hätte ich es auch nicht bestellt. Ich glaube zur Zeit ist ein 15 Euro Gutschein dabei, habe ich gesehen. Normalerweise kostet die halt 50 Euro. Und zwar eine Killso Smartwatch. Davon wird auch ein kurzes Unboxing-Video kommen. Ich wollte mich einfach, ich hatte ja vorher eine Uhr schon, die so ein bisschen mit dem Handy agierte. Aber das war halt eher rudimentär. Die kam irgendwo aus China, habe ich mir die bestellt. Und ich dachte, Mensch, einfach mal einen Schritt weiter gehen. Und da ich einfach zu geizig bin, mir hunderte von Euro für so eine Uhr auszugeben, dachte ich, okay, machen wir mal so einen Zwischenschritt. Und die habe ich jetzt für 30 Euro. Muss ich sagen, läuft mega. Ich habe es auch gerade um. Fühlt sich auch mega wertig an. Also im Gegensatz zu der anderen, die eigentlich nur aus Plaste besteht. Die ist echt top, finde ich. Akku hält jetzt schon. Ja, ist angekommen am... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, heute ist der 6. Am 30. habe ich sie bestellt. Und dann müsste das der 2. November gewesen sein. Seitdem habe ich die um. Und der Akku ist immer noch bei über 50%. Also wirklich top. Muss allerdings sagen, am ersten Tag habe ich sehr viel rumgespielt damit. Da warte ich schon bei unter 80%. Dann soll aber wohl bis zu 45 Tage halten, der Akku. Ich bin gespannt, wenn ich es das nächste Mal richtig auflade, wie lange es dann letztendlich hält. Also ich bin mega zufrieden. Macht das, was soll. Und ist einfach nochmal ein ganzer Schritt weiter als das, was ich vorher hatte. Genau, dann war es das. Genau, mehr habe ich im Oktober nicht bestellt. Wie gesagt, es waren viele kleine Sachen. Keine Frage. Es geht auf Weihnachten zu. Die letzten Sachen wurden bestellt. Oder die ersten oder wie auch immer. Ein paar Sachen. Andere Sachen haben wir schon. Wollen wir es auch andersweitig bestellen oder so kaufen. Ja. Was das jetzt alles zusammengekostet hat, seht ihr hier. Es wird, wie gesagt, in nächster Zeit ein Video über die Uhr kommen. Das wird wohl eventuell nächste Woche kommen. Oder es wird nochmal das Sizilien-Video kommen. Da muss ich sehen, wie ich das hinkriege. Ja. Ansonsten war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020